Hallo Leute und willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play League of Legends. Ja, heute spielen wir eine Runde Aram und ja, ich werde jetzt vermehrt erstmal aufnehmen und ja, leider auch deswegen vorproduzieren im Endeffekt. Aber ich will unbedingt Level 10 werden, weil derzeit ist der Hexakill-Modus draußen, aber den darf ich erst mit Level 10 betreten. Das heißt für mich jetzt spielen, 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 aufnehmen, aufnehmen, aufnehmen. Ja, schade eigentlich. Was heißt schade? Insofern ärgerlich, dass halt, dass ich jetzt so viel so früh aufnehmen muss, also so vorweg aufnehmen muss in dem Falle. Naja, wird schon klappen irgendwie. Und Dominion sucht, spielt hierbei irgendwie niemand in dem Level-Bereich. Aram und Normal Games sind das, wo man wirklich Leute findet. Achso, ich habe wieder mal Shyvana gekriegt. Im Aram. Wobei mir einer von den beiden echt lieber gewesen wäre. Wobei den neuen Siljan, wie er jetzt überarbeitet wurde, habe ich noch nie gespielt. Wäre auch mal interessant. Muss ich demnächst mal machen. So, wollen wir mal gucken. Fangen wir mal. Ach komm, fangen wir mal da mit an. Fünf Heilswetter und Gewiem. Fünf Heilswetter und Gewiem. Oh, Sintra, das war aber süß, der Schaden. Das waren jetzt wie viel 30? Oh, die Ech macht mehr. Die hat wahrscheinlich Doppel-Wolley geskillt. Oh, wirklich Siljan. Bodied Black. 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 Okay, die Runde fängt schon mal nicht allzu gut an. Ach, die haben noch einen Trinder mehr, okay. Ah, Treffer. Keine Chance ey. Die haben so viel Wave Clear. Was haben die denn, Amumu und Skana, Trinder mehr, Syndra. Oh mein Gott. Und unser Selian steht einfach nur noch rum. Boah, die Musik ist aber ziemlich laut, oder? Boah. 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 Vielen Dank. Silja macht gar nix. Okay, den hier drin ist Level 6, Mamumu ist Level 6. Gut, ich jetzt auch, aber das bringt mir wenig mit meinem bisschen Lehm. Au, da war ein Ash-Wally. Hmm. 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 Ja, leider hat sie damit recht. Silja tut wirklich gar nix. Hmm. 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 Das war's für heute. Oh, ich hab den Kill am Trun gekriegt. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Jawohl, das lief doch einigermaßen gut. Das war's für heute. 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 Ah, Hilfe. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich hoffe, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und dass ihr beim nächsten Part von Let's play. League of Legends wieder seid. Und bis dahin macht's gut. Ciao, 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 ciao. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.